Weiter geht's, bla bla bla, das bedarf keiner großen Erklärung. Und übersetzt die Scheiße gefälligst. Ähm, was jetzt? Das? Achso. Kann ich jetzt auch drücken? Kann ich? Ne, kann ja nicht. Ja, liest du auch mal. Äh, wie ist der Name von diesem Bereich der Insel? Achja, zur Erklärung mein Englisches. Mieserabel. Äh, B. Okay. Wie ist der Name vom alten Mann? Kong-Crieky-Crecky-Beli-Crecky-Beli-Crecky-Beli. Ähm, weiter. Mmmmmm, welcher von diesen Gegnern erschien auch in Donkey Kong Country? Neb the Red, Sing of the West, Canyon the Crocodile. Nee. Ist doch nur die B. Ne, ich wollte nur den Namen korrigieren, den ich da falsch beschrieben habe. Was ist denn so krass? Zeig mal die Handwur. Moment. Äh... Castle Crush. Okay. Sporks, Vengars, Render... Ja, meinen die unsere Helfer? Dann würde der Leuchtfischermann noch dazugehören. Mhm. Symbol 4. 4. Aber da stand, äh, you can write. Warte mal. Rising Floor, das hatten wir ja mal. Das war, äh, Castle Crush. Ja. So. You can write on. Ja, die du selber auch spielen kannst. Spinnelschlange... Rino? Spinnelschlange Rambi. Anguarde? Squawks. 5. Ja. Ich hab die Spinne vermissen. Wie ist der Name von dem fliegenden Geist? Cold Kremlin throws objects at you. Äh... Achso, dieser komische Geist, der da so komisch lacht und... Ich hab aber keine Ahnung, wie der heißt. Du musst das wissen. Ah! Ah! Ja, ich spiel das jetzt zum ersten Mal. Ähm... Was überlege ich da eigentlich? Wie viele Schreibtische sind im Kong College? Was überlege ich, dass ich... Guck dich. Und das weiß ich jetzt auch. Oh! Ah, da-da-mach! Mach-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Ja, hatten wir... How many baddies? Hast du die gerade genommen? 40, nimmer wie. Dankeschön. So, jetzt geht's mit dem Spiel auch weiter. 3 Minuten, nix gesagt fast. Oh, was will man dazu sagen? Toxic... Was ist das, was ich gesagt habe, wo der Skiff noch nicht kommt? Soiree. Du solltest Schlange haben. Schau, jetzt geht das schon mal. Da ist die Schlange. Hm, weil die Leute... Äh, ich weiß aber auch nicht. Ja, ich muss mich beruhigen, indem ich so... Ich gucke ganz gebannt auf den Bildschirm. Ich weiß auch nicht, was ich hier sagen soll. Wir sind, glaube ich, jetzt in der gefühlten... Was haben wir jetzt? 25 Aufnahmen? Ich weiß es nicht. Aber wir kommen so langsam auf jeden Fall dem Ende entgegen. Zumindest dem Ende des regulären... Pick... Bombs... Genau. Blas mir eine. Ja, das ist mir eine vor allem. Äh... Ja, das ist des regulären Spiels und dann wollten wir noch die, äh... Die Bonus-Welt, wolltest du nicht? Fick dich. Keine Lust da drauf. Wolltest du nicht? Ja, wir haben auch gesagt, die 100% haben wir dann irgendwann, äh... Ausgeschlagen. Ja. Hörbe! Ficken, 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 ficken! Genau deswegen! Ich bin zu langsam! Nochmal. Du passt gar nicht auf, was ich mache! Wir haben schon wieder vergessen, die, ähm... Button zu belegen. Ist mir egal, aber du sollst aufpassen, was ich mache, wenn du schon savest! Fick! Dich! Mach ich das jetzt so. Ich sterbe dabei, ist mir egal! Ich sterbe, du Schlampe! Komm ich da so hoch, ne? Der braucht so lange! Mann! Fick! Doch! Deine... Mutter... Damit du... ...schnerwierst! NAH! Ich weiß nicht wirklich... Scheiße, ich hab den Midpoint verpasst! Oh, ja, ich hab ja trotzdem gesaved. Ach, ja. Nichts. Na, 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 na! Ich hab den Midpoint auch. Der Midpoint auch. Gesaved war ja so oder so, oder so? Das war jetzt... Ja, magst du auch mal? Ja, pass auf. Dann mache ich jetzt... Lass uns da... So, ja, nochmal anfangen, oder... Ja, mach, 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 mach! Mach's doch selbst! Na, wolltest du so viel besser? Ja! Ja... Ja... Na, ha, 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 ha! Was? Na, wir, ha, ha, ha... Boah, ha, ha, ha! Ist das ja so... Das, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das? Ich spreche hier gleich alles kurz und klein, aber HELL, es macht so einen großen Spaß! Ich sage dir, es ist ein tolles Spiel. Stirb! 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 Na hiech! Stirb! Friss meine Collegs! Collegs? Kill uns! Friss mein Collegs! Für das Gehlappelwetter! Warte auf jeden Fall! Beide! Na super, mit der bin ich auch so schnell! Ist echt schön, was ihr da macht aus dem Game! Ja, aber man merkt, dass es am Ende zugeht, dass es das Game wird. Scheiße! Das war jetzt... Ich dachte auch, dass es zu hören! Mein Gott! Hör, stell mir vor Gott, ich ruts jetzt mal eben aufs Mikrofon! Gott! Gott! Dieses Let's Play erreicht nochmal für uns! Der Endgegner! Sollen wir den dann einfach machen, oder würdest du dann... Das ist doch nicht der Endgegner, das ist der Endgegner der Welt! Achso! Achso, da kommt noch... Hab ich doch gesagt, das ist die Welt, dann gucken wir mal eine eigene Welt für King K. Roman! Ich hatte schon Hoffnung! Ich hatte schon Hoffnung! Also es ist schon der Endgegner, aber noch nicht der Kompletcher! Aber der hat Donkey gefangen, können wir nämlich einfach die Hand schütten und sagen, Gut gemacht Kollege, wir gehen wieder! So, jetzt kommt die Welt des Endgegners! Und du verlierst deine Arsche! Ne! Stopp! Äh, zu spät! Dann speichere ich halt hier, auf der nächsten... Oh, schön, ich level! Lerhut mal, bitte! Nein! Äh... Ist das Ö? Ich hatte Ö, glaub ich, auch irgendwie... Nicht, dass irgendwas fast hoher wird, gleich wieder mit 118... Oh nein, die ist auch wuschig, man! 100... Schenkst du mir TNT? Warum schenkst du mir TNT? Weil das kann! Weißt du, im Übrigen, dann mit wem ich... BAPAPAPAPAPAPAPF Soll ich Laden oder SpaceS яв &? Ne, mach... An wem was? Ähm, an wem michxisters komische Hemd da erinnert... Ich bin tot. Welches Hemd? Dieser komische Geist. Da der mit Kisten schmeißt Ach so! Ja! An ein gewisses Bettlacken. Und wie es nebenbei immer wieder�로end ausernen... Warum was denn? Weiß nicht? Irgendwie denke ich bei wem an Bettlacken & dann bekass ich irgendwie an.... tot! Ja, an Tod! Rollschuhe, Schatz. Rollschuhe, Rollschuhe. Rollschuhe, Rollschuhe. Rollschuhe? Oder was willst du sagen? Rollschuhe. So, ich kann den doch, wusste ich doch. ZEK! Du lebst! Roll, ich kann... Ach, deswegen meintest du, ich sollte einen Rollsprung können. Das war... Ich hab's dir vor allem mal gar angesagt, üb den. Nö, brauch ich nicht. Dann hast du da vorne. Du hättest mir von vornherein sagen sollen, lernt dieses Spiel, da wär uns beiden mitgeholfen. Boah, wer ändert der dich denn? Ah! Ah! Der hatte doch... Der wollte doch nicht spielen. Ich krieg dir her zum Fuckback, Let's Play! Ihr seid live dabei, ich kribieren! Aber, aber, bei Donkey Kong? Das ist die, die ist Kong, woher soll ich Donkey Kong? Ja! Ich glaub brauchst du keine... Prima! Ja! Ich spring! Bist du bescheuert? Oder einfach nur behindert? Ich musste da unten lachen. Ich war im Moment... Ich komm da nicht drüber! Du bist so fan! Du hängst sofort an den Doorn! Ach, schick mir deine Rolle zurück! Let's go, baby! Oh, okay. Genau, save einfach mal, weil... Du bist ja auch so gut. Na! Jetzt... Nimm die Kiste und schmeiß ihn wieder ab! ... Ist ja gut, ich war ja schon... ... 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 sie wollen tanzen rein! Oh Gott! Rollsprung! Warte, warte, warte! Nein! Bla, roll, bla, bloops! Ich kann ihn! Warte, 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 warte! Ah, safe, mach mal hier so! Fuck, ich hätt's geschafft! Nein, also nicht! Nein! Anlauf, halt! Ich kann's doch, ich kann's doch, ich bin nicht so... Nein! Nein! Komm, die Spasten! Wir machen einmal was richtig in der perfekten kleinen... Havia-Erstigen-Leben! Bastard! Ich wurde angespannt! Bist du bereit? Der ist schon wieder tot! Küsse! Hier! Ich kann es nicht! Es ist ein verfickter Dornen! Kann ich mehr! Ja! Ja! Oh Gott! Das wäre schon spannend! Safe! Safe! Habe ich doch schon auch nicht! Safe! Oh Gott! Mir geht gerade einer! Renn! Viel Spaß! Gerade dein Gamepad nicht! Das ist aber besser! Hoch! Links! Runter! Links! Hoch! Links! Ich geh in die Biene! Oder warte! Safe doch mal Zwischenduel! Weißt du, du sitzt da! Nein! Warum? Wenn du einmal nur zu langsam... Oder im falschen Weg... Du kannst... Du kannst da im Kreis... Ich kenn den Weg nicht auswendig! Doof! Kannst du wechseln? Nein, ne? Ey, wie der? Das Papagei nicht! Ich save beim Punkt, wo ich weiß, dass du sicher vorne liegst! Aber nicht so! Hohohohohoho! Boah! Safe noch! Muss ich's rechts... glaube ich! Ja, rechts nach oben! Ist gut! Ich hab's vergessen! Ich hab's vergessen! Du brauchst das Leben! Nein! Zu früh! Nein! Zu früh! Ficken! Egal! Nein! Biene! Biene! Du bist zu langsam! Ich hätte nicht safen dürfen! Dann mach du's! Das bringt mir nix mehr! Du bist zu langsam! Jetzt reiß es selber raus! Mach weiter! Runter! Runter! Folg doch den Pfeilen! Da runter! Hoch! Safe mir mal! Komm mal, wer da kommt! Ja, gespalten! Schnell ab! Links! Links! Aha! Nein! Na, fick dich doch! Oh! Dornviertel! Safe! In der Hoffnung, dass ich mal richtig bin, irgendwie! Warte! Warte! Scheiß auf die Münzen, ey! Was machst du da, Vollidiot? Nicht Sachen einsammeln! Gewinn! Nein! Banane! Was? Wie Banane? Hä? Ja, Leute! Es macht sehr viel Spaß! Bin ich hier überhaupt richtig? Oh! Nein, du bist im Kreis gelaufen! Was? Laut mal! Laut mal! Start! Ja, ja, start! Ja, ja, jetzt weiß! Kann ich mir mal so schnell wieder runterkommen? Ah! Hat mich mal geändert! Der Steuerkreuz ist scheiße! Und ne Hure! Und ne Hure! Schaff ich eh nicht mehr! Wofür ist denn das? Musst du unbedingt da zuerst da hinkommen? Ja! Bullshit! Ja, dann müssen wir jetzt... Ich muss da hinkommen! Ich muss es fahren! Biegen! Wie auch immer! Ja, geht doch! Dankeschön! So, hier ist schon was safe? Warte mal! Komm! Ich hab doch nicht mal angefangen und sterbe! Na komm! Ich muss mir sagen, wenn ich saven soll, ne? Ja! Safe! Ja, ich... Ja, das wird jetzt von beiden nicht kommentiert werden, aber... ja! Safe! Ich weiß nicht wo lang! Okay, hier war's nicht richtig! Ich safe jetzt erstmal nicht! Ich könnte auch andere Slots nehmen! Das ist auf jeden Fall der richtige Weg! Safe! Ich bin noch gefeucht nach vorne! Ich hör den ja! Fick! Load! Ich brauch weiter! Jetzt weiß ich! Komm, ständig wo ich nicht durchkomme! Fick! Scheiße! Fack! Jo! Ja! Lautbar! Hab nicht aufgepasst! Alter! Äh, Entschuldigung! Bleib gehabt! Nee, war richtig! Dann gibt's noch schlimmere Stellen dafür! Oh, okay! Ich muss wieder leben! Du brauchst dich, ey! Dann siehst mal, wie schnell du da durch sein musst, um überhaupt ne Chance zu haben! Das ist großartig! Vor allen Dingen... Du musst ja annähernden Hagen haben, wo du landen musst überhaupt! Also... Musst du mir saven? Ja! Ja! Äh... Ich mein, wenn du... Erstes Mal spielst du... Fick! Safe! Sehr gut! Erstes Mal! Sehr gut! Schönen Schluss! Schönen Schluss! Töne dich! Das... Ja! Gut gemacht! Ich schwitze! Dann würde ich sagen... Nächster Part! Bis dahin! Ich brauche Luft! Ja! 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 Ja!